Zum Geburtstag an unsere Kollegin und Freundin Irina. Geburtstag, Geburtstag. Da gibt es ein Gedicht. Bei so netten Menschen vergessen wir das nicht. Sind wir bei der Feier leider nicht dabei. So wünschen wir doch, dass sie völlig stressfrei sei. Auch da sich erfüllt, was an Wünschen du so hast und alles im Umfeld ganz ausgezeichnet passt, lass dir gratulieren. Wir denken an dich heute und hoffen, der Gruß hat ein wenig dich gefreut. Und jetzt kommt noch ein Lied für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017